Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fische haben heute in der gesunden Ernährung einen wichtigen Platz. Sie liefern hochwertiges Eiweiss, versorgen uns mit Eisen, Fluor und Jod und enthalten die wichtigen Vitamine A und D. Fische sind, abgesehen von wenigen Arten, in der Regel auch fettarm und lassen sich abwechslungsreich zubereiten. Kein Wunder also, dass bekannte Küchenchefen wie Armin Amrain auf Fische schwören und dass unsere Ernährungsberaterin Edith Koch mich noch eingeschärft hat. Ich soll den ja erwähnen, zweimal pro Woche gehören Fische auf den Tisch. Frische und Fische lassen sich nicht trennen. Wenn Sie fangfrische Fische essen wollen, müssen Sie aber nicht unbedingt selber zur Fischerroute greifen. Viel einfacher für die meisten von uns ist der Griff in die Tiefkühltruhe mit dem vielseitigen Angebot von Goldstar. Neben Dorsch, Flundern, Rotbarsch, Goldbutt oder St. Pierre Filet für die individuelle Zubereitung nach Ihren Lieblingsrezept offeriert Ihnen Goldstar auch Spezialitäten wie Tintenfisch oder Crevettes und verschiedene köstliche Fischgerichte, die Sie bequem im Ofen aufbachen können. So wichtig Fisch für die Ernährung und unentbehrlich für den Gaumen der Gurmen ist, Kinder essen im Allgemeinen nicht besonders gerne Fisch. Mit einer Ausnahme Fischstäbli. Auch Fischstäbli oder Fischsticks von Goldstar gibt es darum bei uns aus Dorsch und jetzt neu und besonders preisgünstig aus Alaska Selachsfilet in einer 16er und einer 40er Grosspackung. Der Armin Amrain, bekannt für seine Old Cuisine, ist natürlich auch nicht verlegen, wenn es darum geht, für einen Kindergeburtstag oder auch sonst die Alaska Selachsfilet-Sticks auf eine unkonventionelle Art zu präsentieren. Grüezi miteinander. Für solche Fälle habe ich tatsächlich einen bewährten Vorschlag. Fischstäbli im Piratenboot, es geht so. Möglichst grosse Herdtöpfel auswählen, dann halbieren und in Form einer Bootschale zuschneiden. Auf der Schnittfläche mit einem Herdtöpfelausstecher hasernos grosse Kugeln ausbohren. Dann die Herdtöpfel im heissen Salzwasser ansetzen und zudeckt langsam weich kochen. Die ausgestochenen Kugeln mit einem Zahnstocher jetzt auf die halbierten Herdtöpfel stecken. Das eine Loch mit Mayonnaise, das andere mit Ketchup füllen. Die Fischstäbli goldgelb backen und mit den Herdtöpfelschiffli und Zitronen auf einem Teller hübsch anordnen. Die Fischstäbli im Piratenboot eignen sich übrigens nicht nur als Höhepunkt für einen Kindergeburtstag. Ich empfehle sie auch allen Fischmoffeln als Einstieg. Viel Vergnügen! Das so angerichtet auch der stärkste Seeräuber nie mehr wird auf Fisch verzichten, glaubt auch unsere Ernährungsberaterin Didi Koch. Und damit eure Sprösslinge auch apropos Vitamine gut versorgt sind, ergänzt ein Glas Orangensaft oder eine Frucht nach Saison die Fischstäbli vom Armin Amrain ideal. Interessiert an der Ernährung? Für alle, die mehr dazu wissen wollen, erstellt die Ernährungsberatung von GOB Schweiz Broschüren zu aktuellen Ernährungsgebieten. Beispielsweise, wie sie fit und leistungsfähig am Arbeitsplatz bleiben oder wie viel von den einzelnen Lebensmitteln empfehlenswert ist. Die Broschüre ist gratis und kann mit einem adressierten Rückantwort Gouver bestellt werden bei GOB Schweiz, Ernährungsberatung, Postfach 2550, 4002 Basel. Nach dem Abstecher in der Ernährungsberatung jetzt ein Blick ins Markenfenster. Klappt daneben! Sieger trainieren hart und essen smart. Ein richtiges Frühstück mit Kellogg's Frosties. Die sind grossartig! Kleines Spiel? Los geht's! Schau raus den Tiger, zeig jedem was du kannst, den Kellogg's Frosties schmecken so, die wecken den Tigern dir. Und dir! Ricola von Natur aus gut. Und jetzt noch eine Zusammenfassung von den schönsten Aktionen. Rollschinken von den Schultern ohne Schwarten kostet per Kilo nur 16,90 €. Und alle Gopflas in der 6er Packung 1,85 €. Jubilor, Café Classico, Bohnen oder Gemahlen gibt's für 4,30 €. Ausserdem offerieren wir einen Jogginganzug für Kids für 19 Franken. Und für Juniors für 25 Franken. Auch diese Woche haben wir einen Preisabschlag. Das Kilo Halbweisbrot kostet ab sofort nur noch 2,95 €. Und wenn Sie Lust haben auf hirschgeschnetzeltes Winzerart mit Bratherdöpfchen, Rotkohl und Maroni empfehle ich Ihnen das Go-Prestaurant. Dort kommen Sie das alles rüber für weniger als 10 Franken. Interdiscount, der grösste Anbieter von Konsumelektronik, informiert Sie jeden Monat über preisgünstige und top aktuelle Angebote. Achtet Sie darum auf diesen Prospekt mit dem goldigen Angebot von Interdiscount in Ihrem Briefkasten. Oder besuchen Sie eine der 123 Interdiscount-Filialen in der ganzen Schweiz. Bestimmt finden Sie dort etwas, das sich für Sie ganz besonders lohnt. Mit diesen Hinweisen bin ich am Schluss für heute. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend.